Seit 1910 stellen wir in unserer Senderei unter Meiselstein traditionell den Allgäuer Emmentaler und Bergkäse her. Sieben Tage die Woche dreht sich bei uns in unserer Senderei alles um das Thema Käse. Durch die naturnahe Bewirtschaftung der Allgäuer Weiden und den Verzicht auf Kunstdünger enthalten unsere Weideflächen eine große Artenvielfalt an Kräutern. Diese Vielfalt an Kräutern bereichern unser Gras mit vielen Nährstoffen, was den Geschmack unserer Milchprodukte so einzigartig macht. Um unsere Kühe ganzjährig mit dem besten Futter zu versorgen, ist die Heugewinnung ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir, die Senderei unter Meiselstein, sind eine Genossenschaft aus sieben Bergbauern. Die Käseherstellung ist unsere Leidenschaft und geben wir von Generation zu Generation weiter. Und so entsteht aus dem saftigen Gras, Kräuter und dem duftenden Heu echte Heumilch. Diese wird morgens und abends von unseren Milchbauern an die Senderei angehübert. Unsere Sennen verarbeiten täglich die frische Heumilch. Die Verwendung der eigenen Kultur an Milchsäurebakterien prägt den einzigartigen Geschmack. Im Naturkeller dürfen unsere Käselaibe viele Wochen reifen. In mühevoller Handarbeit werden sie dreimal die Woche gepflegt, geschmiert und gedreht. Das sorgt für den guten Geschmack, Geruch und das feine Aroma. Hierfür wurden wir 2021 mit dem BRG-Preis in Gold für den Emmentaler ausgezeichnet. Unseren Allgäuer Emmentaler und Bergkäse können Sie im Onlineshop und direkt in der Senderei in Untermeisesteyn erwerben.